Hier ist Skibbityverse09. Ich muss kurz reinkommen, bevor wir uns die neue Folge angucken. Ich muss jetzt erstmal schauen, was so passiert ist. Oh, der hier... Alter, jo, Digga, kranke Nailgun. Oder der Typ, Digga, die Knarre. Würde ich mies fühlen, Leute. Stellt euch mal vor, es gibt so ein Game, ne? Genauso mit der Grafik hier und so würde ich extrem fühlen. Ich warte eigentlich auch auf ein richtig krasses Skibbity-Toylet-Game. Oh, warte mal, hier ist der Knopf so ein bisschen... Ah, ja, okay, die Ränder sind nicht perfekt, Leute, aber das ist alles in allem. Man kann sich nicht beklagen. Stimmt, die neue Drill-Spezies ist jetzt hier, ne? Erst waren es die Watchmen, Watchwomen und so und jetzt die Drill-Men. Die fliegen gerade mal weg. Was ist hier passiert und was sind das für komische Toiletten, okay? Yo, wer ist er denn? Ach ja, der Big Drill-Man. Oh, Bruder. Geile Fight-Animation, bockt auf jeden Fall. Direkt dead. Okay, aber warum ist der jetzt da? Die erste Schwachstelle vom Drill-Man, wollen wir mal ganz kurz festhalten. Ist jetzt hier Ton an der Stelle. Jeder hat ja irgendwie so seine Schwachstelle, aber bei den Watchmen finde ich irgendwie keine. Yo, Digga, entspannte Hook. Der weiß direkt, was passiert. Hat der ihm eigentlich gerade einen Ellbogen gegeben? Der will dann ganz schnell weg, aber... Da ist der Speaker-Man-Titan und sagt, los Mann, komm jetzt. Der Boot ist jetzt wahrscheinlich in den Boden und dadurch bewegt er sich. Wo müssen die hin? Die müssen zu einer Rescue-Mission, glaube ich, ne? Wir gucken uns die Rescue-Mission jetzt an, denn es geht um die längste Folge in den Skibbity-Toilet-Multiverse. So, gucken wir doch mal. Okay, hier gibt es einen dicken Fight, genauso wie in der letzten Skibbity-Toilet-Folge. Ist das eine Time-Grenade? Ich will auch sowas haben. Digga, guck mal. Vier Sekunden. Ist er jetzt in einer Zeitschleife oder was? Krass. Oh mein Gott, dickes F. Oh, dickes F. In die Kommentare für den Cameraman, Leute. Alter, das ist nicht cool. Oh, nö. Was ist mit dem Drill-Typen? Er hat wieder eine neue Gun am Start? Hä, was macht der denn da im Boden? Er fragt selber schon so, hä, was machst du da? Oh Gott, da kommt ein Typ mit einer Kettensäge. Warnung. TV-Erscheinung? Okay, aber warte mal. Das ist eine Skibbity-Toilet mit einer Satellitenschüssel auf dem Kopf. Plus ein Nachtsichtgerät auf. Und warum hat diese Kettensäge in Skibbity-Toilet vor dem so Angst oder guckt da so hin? Der Watchman ist hier. Und er hat die komplette Zeit angehalten. Zeigt auf seine Uhr. Was können die machen? Oh, der Kick. Digger, krass. Er kriegt hier eine fette Ladung Dynamit. Die geht direkt in den Mund von der Kreissäge. Und... Der Slip war jetzt auch einmal mal wichtig, Leute. Ganz ehrlich. Straight Explosion. Und er zeigt direkt Mittelfinger und sagt, Digger, ich gehe jetzt in eine Base rein. Was ist das denn? Der Titan-Camera-Man? Oh, oh. In diesem Multiverse ist der Titan-Camera-Man von dieser komischen Kreatur befallen, glaube ich. Er hat auch einen anderen Core. Wie man sehen kann, der ist hier so gelblich, ne? Also... Ist schon interessant. Und jetzt kommt der Drill-Man. Und greift ihn in den Boden. Und jetzt kann er nichts mehr machen. Digger, was für eine geile Zusammenarbeit. Er schlägt trotzdem noch auf ihn ein. Und kommt aus dem Boden raus. Fliegt weg. Aber der Drill-Man grabbt ihn mit seiner Hook. Er sagt, los, geht da rein. Alter, was ist das denn? Stimmt. Der Titan-Watch-Man wurde ja übel schwer beschädigt und ist jetzt hier drinnen. Aber, was ich noch nicht so ganz verstehe, haben die Skippy-Toyle jetzt ihn dahin verschleppt? Oder hat man ihn dort hingebracht, um ihn dort zu reparieren? Die kommen auf jeden Fall jetzt dahin, um ihn zu reparieren. So viel ist sicher. Ich denke, das dürfte klar sein. Oh, oh, oh. Wer ist er denn? Flammenwerfer? Nein! Digga, das ist auch mal ein sehr kranker Gegner. Ist das der Helm aus PUBG? Ich glaube schon, oder? Auf jeden Fall einen fetten Tank auf dem Rücken. Mit so... Hat er einen Double-Flammenwerfer? Ich glaube nicht, ne? Nein, nicht Speaker-Woman! Nicht Speaker-Woman! Oh! Jetzt kommt er! Plungerman hat Speaker-Woman mal easy gesaved. Ja, Ehrenmann, Leute. Was packt... Was? Die packen da kleine Watchmans rein, oder was? Sind das diese Kreaturen, die Leute übernehmen, oder sind das Reparaturbots? Ähm. Oh mein Gott! Der neue Boss! Guck ihn dir an! Das ist die Über-Toilet! Also krasser als der Scientist, sozusagen. In einem Multiverse haben wir natürlich mit solchen, äh, Gegnern zu tun. Der hat hier so ein, so ein Automagneten. Damit holt man eigentlich die Autos so hoch und packt die in so eine Schrottpresse rein. Hier natürlich auch viel mehr Magneten noch. Auf der Seite hat er einen kompletten Magneten. Und hier hinten, ist das ein Bein? Weiß man nicht. Auf jeden Fall, Digga. Bisher miese Folge gewesen. Wir gehen noch mal rüber zu einem anderen Video. Und zwar, wie Skibby the Toilet 67 Part 2 sein könnte. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und zwar könnte es so weitergehen. Der Scientist-Boss hat noch den Fight mit den beiden offen. Aber, Leute, ich glaube, dass in der nächsten Folge der Titan-TV-Man kommt oder ein ganz kranker Boss-Fight stattfindet. Ganz sicher. Hier sagt er schon, ne? Du bist dead, Junge. Laser fliegen. Ja, das könnte mal ein bisschen geplänkelt sein. Aber es ist auch straight up. Bro! Turbo-Kick oder was? Digga! Da gibt es so eine fette Schelle rein. Ja, so stelle ich mir den Kampf auch vor. Ich glaube, dass der Scientist-Boss einer der stärksten und krassesten Kämpfe wird. Und ich kann mir vorstellen, Leute, dass vielleicht sogar mal irgendwann einer der Titans stirbt. Oh mein Gott! Der hat ja selber so einen kranken Sound. Was? Ist das der Titan-TV-Man? Oh, wenn der zurückkommt. Nächste Folge. Es wäre so krass. Und das passt auch sogar gut. Weil hier hat der Scientist-Boss, den ich im Übrigen super stark finde, so viel Macht, dass die beiden Titans gegen ihn verlieren. Aber dann mischt sich Titan-TV-Man ein, so wie hier. Und dreht durch. Und das könnte dann dazu führen, dass ein übelkranker Clash stattfindet. Und hier nochmal so ein bisschen was zur Vorgeschichte auch, ne? Damit man weiß, warum das jetzt passieren wird. Denn wir sind hier quasi nach der Base. Und die fahren die einmal ab. Ihr seht schon, überall sind Flammen. Und da kommt die Polizeitoilette. Ui, 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 ui. Und man sieht auch schon, die Überreste sind hier, ne? Das war so eine kranke Folge, was hier passiert ist. Und das ist ein Mensch. Okay. Ist das der Fakuum? Da kommt ein kurzer Raketenwerfer in die Mafia-Cameraman. Oh mein Gott, das ist ein Multi. Ey, das ist, ey, Reverse. Lol, ey. Ich sag ehrlich, der Charakter wär auch krass. Ich glaub, die haben jetzt gerade Reverse gemischt. Da müsste aber gleich nochmal eine Folge kommen, die an das Ganze anknüpft. Aber das find ich auch super interessant hier gerade. Das wär mal ne heftige Verwandlung. Und tschüss. Einfach der G-Mod-Man. Crazy. Nur diese Reverse-Folgen sind so crazy, Mann. Bro, eigentlich müsste de Fakuum wirklich mal so ein Format anfangen, ne? Das Ganze gibt mir die in Reverse zu machen. Das würd ich so cool finden. Hier sieht man nämlich genau das Battle von eben jetzt in der Reverse-Variante. Und ich geh mal davon aus, dass wir jetzt halt nochmal sozusagen ne Schippe weiterkommen. Aha. Der Titan-TV-Man. Er gibt nen Daumen. Das ist so der Neue sozusagen, aber der sieht irgendwie nicht so krass aus gerade, ne? Ey, ich bin so gespannt. Morgen müsste es eigentlich soweit sein. Morgen und übermorgen kommt ne neue Folge definitiv. Shepard gut. Ist das vielleicht die Pre-Story? Wo der wieder hergekommen ist? Was der gemacht hat, um bis zu diesem Kampf zu kommen? Sollte natürlich möglich sein. Aber wer ist er denn, Alter? Mach mal nen Abgang, du Lappen. Junge, er hat ihn sowas von in den Boden reingestampft. Der Typ ist jetzt vom Beruf Betonierer geworden. Uff. Digga, da war auch direkt vorbei. Okay, Leute, ich würd sagen, das reicht für erstmal, aber ich hab noch was sehr, sehr Geiles für euch, denn wusstet ihr eigentlich, was passiert ist, bevor es über die Toilette eigentlich kam? Damit hab ich mich vor einiger Zeit mal beschäftigt und das muss ich euch unbedingt zeigen, also gehen wir nochmal rüber. Alle Credits zu TheFuckBoom ist klar, alles von seinem Kanal und es gibt drei Videos plus ein ganz spezielles, was wir uns jetzt angucken wollen, wie man, ja, also es wird ein bisschen random und dann später kommt eine sehr, sehr interessante Story dazu. Ihr seht, die ganze Zeit experimentieren diese Charaktere hier rum, das ist so ein bisschen von GTA San Andreas angelehnt Big Smoke und alle fusionieren sich irgendwie mal ganz komisch und da war schon so ein bisschen drin so, mhm, Skippy die Toilette, okay, und es wird ziemlich, ziemlich krass, was ist das denn? Okay, das hier ist ein bisschen Half-Life so, okay, ja, muss man ein bisschen aufpassen, ähm, ja, okay, also, Zombie G Freeman, weiß ich ja nicht, was davon halten soll, okay, was haben wir hier? Oh Gott, einfach Transformer mit einem Mittelfinger, den nehme ich persönlich, Bruder, und davon gibt es noch zwei weitere Teile, die gucken wir uns jetzt an, bis wir dann zur Main-Story kommen. Wir sehen ein paar Leute, die hier im Zug sind und auch die werden schon irgendwie so komisch zusammengesetzt und da haben wir eine Parallele zu der Skippy Toilette mit diesen fünf Köpfen. Hier ist Big Smoke mit dem Extra Dip, fusioniert er sich jetzt mit dem Burger, okay, das ist cool. Was haben wir hier? So ein Büro. Aber warum passiert das? Das weiß man halt nicht. Fakt ist, die Charaktere haben sich irgendwie mit Sachen zusammen, oh, da guckt ihr mal seine Finger an und da unten war auch irgendwas ganz komisches. Das hier ist CSGO, mein Lieblingsspiel, Leute, all time einfach, da habe ich über 3000 Stunden drin verbracht. Er hat eine Bombe geplantet, aber die ist in ihm drin explodiert, total blöd. Okay, ich glaube, das Auto überfährt ihn jetzt und dadurch wird er Hä? Was ist das denn? Okay, crazy. Hier. Big Smoke da hinten wieder in der Ecke. Big Smoke wird auch eingezogen. Das waren viele auf jeden Fall. Big Smoke ganz vorne und da habt ihr es gerade gesehen. Hier vorne ist das erste Mal dieser G-Man drin, ist schon mal mit dem Ganzen gesehen. Das war anscheinend ein Charakter, ich habe ihn da eben gar nicht drin gesehen und wir haben hier oben auch irgendwie einen komischen und der sieht nach einer Celebrity aus, nach einer Persönlichkeit und Big Smoke natürlich und ein paar andere Charaktere, die wir in den Skibble Toilets schon mal so gesehen haben. Zumindest ich bin der Mann. Jetzt zum letzten Part, bevor wir dann in die Main Story übergehen. Hier sitzt ein Typ auf entspannt. Was ist das denn? Was ist das denn? Bro! Alter! Das war sehr gruselig gerade, Leute. Hashtag gruselig in die Kommentare, wenn ihr den fühlt. Okay, die haben anscheinend Köpfe getauscht. Komisch. Das ist Skibble die Toilette. Am Anfang, wo die so Toiletten sind, wo die da essen. So sieht es auf jeden Fall aus. Okay. Ist das nicht die DJ Toilette? alle beten ihn irgendwie an. Komisch. Was haben wir hier? Sind ein paar Leute irgendwie am Arbeiten oder was? Und die werden an die Leinwand gehängt und da steht also, ja. Drei Spider-Mans. Einer spielt Schere, Stein, Papier und die boxen sich dann gegenseitig, wenn sie verlieren. Junge, guck dir mal seinen Hals an. Das ist auch schon merkwürdig. Bisschen von Skibble die Toilette so einigermaßen. Hier ist wieder so eine Kreuzung. Alles wird wieder zusammengezogen wahrscheinlich. Nein. Was zum... Was war das gerade? Hä? Okay, wir haben die Main Street. Da hinten seine Hand. Guck dir die mal an. Was macht der da? Wieder dieser Typ. Der ist doch komisch oder was? Bro, wo bringst du mich hin? Wo bringst du mich hin, Diggi? Er sagt goodbye. LOL. Was war das? Ist das vielleicht so ein Charakter wie The Frack Boom in Skibble die Toilette, der irgendwas machen kann? Wir gucken weiter. Denn das hier ist die absolute Main Story zu Skibble die Toilette. Alles fängt bei diesem Typen an. Es ist 12 Uhr. Er wacht auf. Er muss unbedingt auf Toilette pinkeln. Aha. Irgendwelche Hinweise? Soweit nicht. Das Bild ja. Okay. Da ist schon seine komische Toilette. Oder was geht denn hier ab? Ne, das ist immer wieder ganz komisches Video. Er wundert sich oder er fragt sich, wo dieser Urin hingeht. Wo sein, so sein Urin hingeht. Er legt sich wieder schlafen. Wird wach. Und er will immer noch pinkeln. Und die Toilette ist auf einmal in seinem Zimmer? Hä? Wie kommt er das so schnell hin? Das war anscheinend ein Albtraum. Ein Traum im Traum, sagt er. Nice. Sieht so aus, als wäre es die Realität. Jetzt musst du aber dringend pinkeln. wieder ein Traum. Es waren übel viele Toiletten. Die Toilette ist dieses Mal nicht da. Da ist die Toilette. Und er muss die ganze Zeit auf Toilette und jetzt wird der Gang irgendwie immer länger anscheinend. Nein, er kommt da nicht hin. Er wird weggezogen. Hä? Jetzt pinkelt er einfach auf den Teppich. Und locker ist da jetzt die Toilette. Da? Was ist da denn los? Er hört nicht auf zu pinkeln. Und er trinkt in seiner eigenen... Er hat wieder geträumt. Er will jetzt runterfallen, aber anscheinend hat er das auch überlebt. Sein Traum ganz komisch. Er wacht immer wieder auf. Jetzt ist er in dem Bett. Es explodiert. Der wacht wieder auf. Was ist das da in der Ecke? Junge, was ist das da? Sieht schon ziemlich komisch aus. Jetzt wird's langsam creepy. Er sagt schon so, du glaubst wirklich, das ist Realität? Nee, nee. Oh! Okay. Wo ist er jetzt aufgewacht? Das ist nicht sein Zuhause. Jemand klopft an die Tür. Ja. Er muss ganz schnell weg. Nimm den Fahrstuhl. Mach den Fahrstuhl zu, da war irgendwas. Der Fahrstuhl ist aus. Das ist nicht gut. Er hat die Regel vergessen. Niemals den Fahrstuhl in einem Albtraum benutzen. Und jetzt fällt der ganze Fahrstuhl runter. Aber er hat es überlebt. Tür geht auf. Was zum... Oh mein Gott. Jetzt wird mir einiges klar. Er pinkelt einfach da runter. Was ist das da drüben? Irgendwas kommt auf ihn zu. Oh Gott. Wieder. Wieder so ein... Er sagt, wach auf. Und schon wieder... Was passiert da? Er hat sogar schon vergessen, dass er pinkeln muss. Der Typ hat den Albtraum der Albträume. Ah, yes. I can feel the weight of this shitty world on me already. Moment. Bevor wir jetzt den Typen, der die Tür eingetreten hat, betrachten, überlegt mal, Leute. Ist das möglicherweise der Schlüssel zum Verständnis der Geschichte? Alle Charaktere vielleicht von Skibbity Toilet sind in diesem Traum gefangen, dass sie ständig pinkeln müssen und dann sind sie sozusagen eine Toilette und checken das gar nicht und denken alle, dass sie träumen. Könnte das sein? Man weiß es nicht. Hey, Bro, I'm home. What the fuck are you? Und er sagt, yo, Bro, ich bin zu Hause. Und er weiß gar nicht, wer das ist und er hat sich anscheinend in die Hose gepinkelt. Er hat ihnen einen neuen Laptop gekauft und macht ihn direkt kaputt. Oha, Junge, was macht er? Oha, Junge, was macht er? Er kann einfach nicht aufwachen. Jetzt geht er auf Toilette und alles scheint normal. Das ist es. Da kommt eine Hand raus. Oh mein Gott! Was war das grad? Er will einfach nur schlafen. Wird immer aggressiver. jetzt legt er sich hin. Jetzt hat's geklappt. Was ist das da oben? What the fuck? Ich hab's dran entsinnen, Leute. Da vorne steht der Uhrentyp. Es gab ein bisschen Stress hier mit der Skibbidi Scientist Toilet. Und wie ihr sehen könnt, ist der Boss auch schon dabei. Und hier, habt ihr's gesehen? Diese Fähigkeit, die können die Zeit anhalten. Das sind neue Charaktere. Ein unglaublicher Skill. Und vor allem auch eine unglaubliche Kraft. Guckt euch das an, wie krass es aussieht. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, schaut euch die Folge an. Denn es ist tatsächlich so gut wie ein neues Skibbidi Toilet. Und ey, diese Animation ist einfach zu crazy, man. Das ist der Titan Watchman. Er sagt, nein, tu's nicht. Und der Titan Cameraman wurde hier tatsächlich überfallen. Also von diesem äh, yo, was war ein Discrad für eine Aktion. Habt ihr's gesehen? Die lassen den Cameraman zurück. Dickes F für den Cameraman in die Kommentare schon mal rein. Also, ganz kurz. Der Titan Cameraman wurde zu einem Bösen gemacht von diesen kleinen Robotoilets, ja. Und jetzt müssen die halt natürlich gucken, dass die wieder zurückkriegen. Aber der Scientist ist zu gefährlich. Weiter im Schlachtfeld wird hier eine Toilette runtergespült und ich lieb das. Ey, guckt euch das einfach an. So cool, Mann. Und er sagt schon so, ich mach das. Aber er kann die Zeit nicht stoppen, denn sie haben die neuen Magnettoiletten erschaffen. Und das ist anscheinend so ein Helikopter oder was. Wir gucken uns die gleich mal genauer an. War ein Witz. Wir gucken uns die nicht genauer an. Das Ding ist nämlich direkt RIP. Er sagt, yo, ist alles cool. Danke, Mann. Es geht trotzdem nicht weiter, denn hier ist die absolute Gigachet magnetische Toilette und guckt euch das an. Wir haben irgendwelche Ops. Ich weiß nicht, was das sein soll. Hier oben ist so ein Automagnet. Normalerweise ist er dafür da, dass man so Autos bei so einer Schrottpresse hochzieht. Er hat hier natürlich noch mehr Magneten, vielleicht um irgendwie dieses Zeitkontrollieren aufzuhalten und diese Gigamagneten da einfach noch an seiner Hand, womit er sogar die Uhr kaputt macht und hat sich auseinandergerissen. Hört ihr das, dieser Sound? Was machst du da, Mann? Das war keine gute Idee. Aber da ist der Titan Watchman, Leute! Junge, hört sich das heftig an. Die machen einen Backstep-Angriff von hinten, greifen ihn jetzt an, oder was? Gibt jetzt einen Drei gegen ein. Die Ufo-Toilets kommen auch noch. Zu krass. Und das ist der Clash. Und da gehen wir jetzt rein, Freunde. Denn wie man sieht, befinden wir uns hier auf dem Dach. Es gab ordentlich Stress. Und hier sieht man den Kampf gegen den Magneten. Und er hat die Zeit angehalten und tatsächlich kann ihn kontrollieren. So eine Macht. Der Titan-Speakerman ist zurück im Hauptquartier. Heißt also, der kommt wahrscheinlich und hilft jetzt. Einige von euch haben in den Kommentaren nämlich letztes Mal geschrieben, was TSM bedeutet. Leute, ich wusste es nicht. Es ist natürlich der Titan-Speakerman. Und ja, Titan-Speakerman ist beschädigt, aber kampfbereit. Und man sieht, auf der Hinterseite kommt jetzt der Titan-Cameraman und der muss ihn einfach saven. Boom! Da ist der Clash. Und er hält die Zeit an. Geht nach hinten. Und. Oh oh. Seine Fähigkeit ist nicht mehr. Oh Gott! Was passiert da? Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber der Titan-Cameraman ist einfach zu heftig unterwegs. Wenn ihr das jetzt so seht, ganz ehrlich, wer ist stärker? Der Titan-Cameraman oder der Titan-Watchman? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Hashtag Titan-Watchman Hashtag Titan-Cameraman. Ich würde sagen, der Titan-Cameraman ist immer noch das stärkste, aber der Watchman hier gerade, weil er einfach so sauer ist und will, dass er wieder lebt, reißt ihm da ein Ding nach dem anderen raus, bis er an dieses Kibbidi-Tolle dran kommt. Alter, Mann. Er hat das Ding so auseinandergenommen. Nicht gut. Ist er jetzt tot? Wir werden es natürlich herausfinden, denn es gibt noch mehr Folgen. Oh, er reißt das Ding raus. Jetzt sehen wir, wie es weitergeht. Die Zeit ist irgendwie immer noch angehalten, aber der Titan-Cameraman war davon nicht beeinflusst, komischerweise. Was? Hä? Er kann die Zeit zurückstellen. Was zum ist das denn? Der Scientist-Toilet-Boss hat sich in einen Magneten verwandelt. Wir können sehen, hier vorne hat er diese komischen Stacheln, die so aussehen wie vom Titan-TV-Man und auch die Box und so ist dran. Jetzt hat er hier noch die Magneten zusätzlich installiert, hinten noch so eine übelst krasse und normalerweise würde man jetzt sagen, er hat viel, viel mehr Macht als diese ganzen anderen Skippy-Toilets und kann wahrscheinlich den Titan-Watchman easy zerstören. Stimmt's? Was ist das? Er hat da oben eine Uhr rangelegt. Die Uhr ist rangelegt, damit er sozusagen nicht mehr von diesem Zeit- äh, Stopp beeinflusst ist und jetzt wollen ihn beide brechen oder was? Hilfe, Mann! Titan-Watchman zeig's ihn! Oh no! Egal, was ihr reingeschrieben habt in die Kommentare, wir sind uns einig, der Titan-Cameron ist der Stärkste, oder? Oh! Oh oh! Oh oh! Warum ist der Scientist so sauer? Was haben die vor? Die fliegen mit ihm weg! Da ist Feierabend! Ey, was zum... Das ist so krass, was hier läuft! Es gibt noch ein langes Video, da gucken wir jetzt rein! Was haben wir hier? Der Titan-Speakerman! Kein anderer hat diesen roten Handschuh! Yo, wer ist er denn? Und da kommt auf einmal noch so eine äh, Rock'n'Roll-Musik? Tschüss! Was geht hier ab? Er sagt, jo Jungs, springt mal rauf, aber die fangen da ein bisschen an zu dancen. Den hat er da oder eine Nachricht gesendet. Yo, was ist das denn? Was geht denn hier ab? Oh Gott! Was läuft hier? Irgendein Teil liegt hier auf dem Tisch. Ich weiß nicht, zu was es gehört. Dann haben wir hier die ganzen Watchmans. Das hier ist irgendwie, ich weiß nicht, so ein besonderer Charakter. Der hat das alles so ein bisschen ins Rollen gebracht, der Typ hier. Dann haben wir natürlich noch den TV-Man, der hier ist. Okay, ja. Und wir haben auch noch den Cameraman. Die bringen gerade Teile dorthin. Ah! Okay. Die wollen den Large Watchman sozusagen wieder bauen. Der wurde ja auseinandergerissen. Die können es nicht. Er hat einfach nicht die Fähigkeit dazu. Was? Eine weibliche Watch... Woman? Woman? Wie? Wie teile ist die Charaktere eigentlich? Okay, crazy? Nein! Oh, da war sie wieder. Der Cameraman ist verliebt, ne? Aber es muss jetzt Fokus her. Sie schafft es anscheinend, ihn wieder aufzubauen. Guckt ihr das da oben an, ne? Anscheinend... geht's ihm wieder gut und er ist wieder back im Game. Das ist wichtig. Da ist sein Hut. Und er gibt die Bro-Fist. Ey, Leute. Die sagen so, ne? Ich sag, lass'n Like da. Ich find's super geil. Oh-oh. Der Titan wurde gecaptured. Was passiert jetzt? Wir wissen's nicht, aber es wird eine sehr, sehr spannende Fortsetzung. Was ist das denn hier? Oh, wir befinden uns hier im Nest von dem Scientist, äh... Toilet-Boss? Junge, was geht denn hier ab? Alter, versammeln die sich hier alle? Hier ist so ein Damm. Okay. Was machen die hier? Er schläft? Ist das der Fakt? Boom? Wow! Warte mal ganz kurz! Was ist das denn? Okay, das ist jetzt schon crazy. Ich sage euch, wie's ist. Das war jetzt schon crazy. Cameraman versteckt sich hier. Es gibt so ein paar Raketen. Was machen die da? Die haben den Speaker, haben einen Titan gefangen genommen. Warum? Helft ihnen mal! Ey, das kann nicht sein, oder? Die müssen was tun. Raketen fliegen und... anscheinend wurden die nicht getroffen, denn der Titan cameraman ist da! Junge, wir machen zu viele Sprünge. Wir machen zu viele Sprünge. Es passieren zu viele Dinge gleichzeitig. Ich komm nicht... Ich komm... Ich check's nicht mehr. Ich komm nicht mehr klar. Aber wir sind hier anscheinend bei den Cameramans irgendwie. Ah, das ist die Situation, wo der Giga-Chat geliefert worden ist von TV-Woman. Sehr geil. Wir gucken so ein bisschen in die Parallelgeschichte rein. Teilweise. Manches macht natürlich noch nicht viel Sinn. Da ist das Bein. Ja, das sind die Wissenschaftler, Junge. Arbeite mal! Da bringt sie die beiden Pümpel her, ne? Was machen die da jetzt? Er lebt wieder. Okay. Okay. Was ist das jetzt für eine Szene? Eventuell ergeben die später noch Sinn. Wenn nicht, wäre doof. Kata! Bitte einmal das hier zurückspulen und schriftlich einblenden, was das bedeutet. Weil... Ich kann's jetzt natürlich nicht nachprüfen, Leute. Aber ihr könnt's dann schon mal sehen. Schreibt dann gerne mal in die Kommentare. Oh. Vom Boss kriegt der hier so einen dicken Laser. ab. Aber... Nix los. Er röstet mal kurz sein... Hä? Nee, der fliegt jetzt mal weg. Okay. War das gerade ein Überraschungsangriff oder was ging da? Oh, oh. Corrupted Titan Cameraman? Dumm, wer das denn? Der Titan Cameraman ist irgendwie süchtig immer so und so zu machen, hab ich das Gefühl, weil dadurch wurde er gerade überwältigt. Wir sehen hier gerade nochmal den Einsatz von TV-Women, die mit ihrem Fernseher richtig kranke Skills trauen. Skipping die Toilet? Frau? Das hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Cooler Charakter. Oha. Direktrip. Ich sag noch, also die Ladies in Skipping die Toilet komplett geistrang stark. Warum auch immer. Skipping Shot. Die G-Mod Toilet wurde mies erwischt. Liegt der jetzt unten, weil der Titan Speaker ihn... Ah! Er hat ihn vorher sozusagen attackiert, bevor er gefangen genommen worden ist, denke ich, oder? Er kann nicht mehr viel machen und da kommt der Titan TV-Women! Reformt und tötet ihn endlich! Das ist nicht der Boss gewesen, oder? Macht keinen Sinn, wenn das der Boss war. Hier wurde der Titan TV-Man repariert. Der hat sich sozusagen gerecht. Hier wieder auch, ne, rückwärts spiel gerne ab, Cutter. Da sehen wir die ganzen Typen. Die ganzen Exemplare. Was ist das? Was war das? Wir konnten es nicht sehen. Er legt sich kurz aufs Zuggleichs, oder was geht da ab? Bist du bescheuert? Mach den weg! Und grad sagen. Oder du hattest einen Job! Wow! Das erinnert mich an eine Szenerie. Ich weiß, wo das ist. Das ist bei Thomas Echse aus Roblox. Er hat irgendwie geredet und er musste den Fernseher ausmachen, damit er wahrscheinlich nicht mehr ja, Leute attackieren kann. Die Cameramans zerstören hier so ein paar Skibidis, okay. Doch, ergibt die Story keinen Sinn. Okay, nice. Oder auch nicht. Fliegt ihr ihn gerade weg? Oh mein Gott, und da kam nochmal der G-Mod-Boss hoch. Ah, ärgerlich gelaufen. Was haben wir hier unten? Skibidit Reverse? Tatsächlich! Hey, warte mal, sowas ähnliches hab ich echt schon mal gesehen. Sind die Videos geklaut? Das wundert mich ein bisschen. Ja, weil, also, ja, okay, das war nicht ganz so. Sind die Videos erst runtergefallen? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich hab irgendwie ein ungutes Gefühl. Was ist das hier? Macht doch wenig Sinn, ne? Ja. Er baut aus dem Panzer kurz ne Waffe? Also, was war da grad mit dem Panzer los? Und was geht hier eigentlich ab? Er fährt hier kurz auf der Toilette, oder was? Ah, okay. Sie sagt, nein, nein, was ist das denn? TV Baby? Hä? Kuckuckucka! TV Baby Kuckuck! Alter, was ging denn da ab? Mann, der hat das Baby. Hey, Bruder! Der Typ hat ein Baby geklaut! Junge, was ging denn gerade ab? Was läuft hier? Das ist die Szene quasi, nachdem er ihn gerettet hat. Auch mal interessant. Und TV Woman hat das anscheinend mitgehört. Fliegt ihr im Fernseher mal kurz nach Meppen? Ja. Das ist natürlich scheiße gelaufen. Sie hat sie einfach direkt zurück teleportiert. Ja, und was ist mit der Kamera? Weiß man nicht. Uff. Ist das der Boss jetzt? Er gibt die ganze Zeit Shots, aber der Titan Speaker Man tut das, was er tun muss. Oh, guck dir das an. Die machen den doch jetzt, oder? Wie cool wäre das denn, wenn man, wenn man das machen könnte, den Boss einfach für sich gewinnen. Das wäre natürlich der absoluteste Smart Move, den man machen könnte, oder? Was ist mit der los? Er will da rein, er will da rein, aber die Tür geht noch zu. Hey, Bro. Hilf doch. Ja, gut. Daumen hoch, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Leute, an der Stelle mal ganz kurz, lasst ein Like da. Ich mein, der Titan Cameraman hat's gesagt, ihr müsst es tun. Da wurde gerade ihr Kopf enthüllt. Sehr interessant. Aber Leute, wir gehen jetzt nochmal zu anderen Animationen rüber, die sich nämlich auch so ein bisschen mit Multiverse und, na, nächsten Kapitel und so weiter beschäftigen. Sind auch sehr, sehr geil. Let's go. Mal sehen, was Deadline so gezaubert hat. Wir sehen hier einen Cameraman, der in einer Wohnung ist, da irgendwie rausguckt oder so. Brennende Autos. Oh Gott. Was war das denn gerade? Was war das denn gerade? Ist das ne Skib in die Toilette als Cameraman? Oh, das ist nicht gut. Was zum, was ging denn da gerade ab, Freunde? Okay. Zwei Cameramans trinken jetzt erstmal auf entspannt. Einen schönen Shake, oder wie? Yo, wer sind die beiden? Okay, natürlich fällt man da auch runter. Zwei Giganten kämpfen anscheinend jetzt gegeneinander. Ist das der Tree Titan? Es könnte sein. Der kämpft gegen den Titan Cameraman. Und der gibt ihnen so einen Smash mit dem Hammer. Da hinten greifen die noch mal ein paar Skib in die Toilette an. Der Tree Titan ist anscheinend sein Gegner. Falls ihr ihn noch nicht kennt, Leute, ihr müsst ihn kennen. Ich hab ein paar Videos schon dazu gemacht. Hey! Oh, der Ehrenmann hat geholfen mit einem Flaggeschütz. wo ist? Gib Daumen. Gib den Daumen. Er gibt den Daumen nicht. Irgendeiner... Nein. Okay. Er hat das Flaggeschütz zerstört. Er will ihn töten. Aber der Cameraman Titan hilft. Jetzt gibst du einen Daumen. Dankeschön. Leute, lasst ein Like für das Video da. Ganz wichtig natürlich. Was haben wir hier? Großer Cameraman kommt. Habt ihr das Gefühl, der läuft vor jemandem weg? Nein. Speakerwoman? Kenne ich noch nicht. Was kann die so? Bam, 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 bam. Die Mucke. Hey, watch out. Oh Gott. Haben die gerade geredet? Der Tri-Titan. Das ist, das ist jeder Titan vereint, ne? Oh, Speakerman hat Speakerwoman erstmal ges... Also, sag mal, was war denn das gerade für eine Aktion? Besser ist das denn hier umschaltet. Könnt ihr wohl das machen? Wir haben hier drinnen eine Besprechung der Cameraman. Ja, was geht, Freunde? Was gibt's? Oh Gott. Da drüben? Was ist denn da? Es geht mir die Tonne. Es greifen die Base an. Nein, das geht doch nicht. Habt ihr gerade... Guckt mal, wie die weglaufen. Wow. Da war sogar die Kamikaze-Toilette. Jetzt kommt aber ein dickes Gewehr erstmal. Boom. Was macht man da jetzt am besten? Kamera-Spider wurde direkt verbrannt. Kann man nicht viel tun. Es muss eine Lösung her. Speaker-Titan-Woman ist da. Er sagt, Jo, Mann, setz dir jetzt schnell mal die Kopfhörer auf. Bam, bam. Da geht der Rave los. Der Techno-Bunker. Jo, ging wild, Alter. Schon cooler Charakter, da muss man sagen. Digi, was geht denn hier ab? Was? Leute, ist das Mr. Beast? Das ist doch die Mr. Beast-Toilette, oder? Save. Der hat dir gerade einen Bag rausgeworfen. Ja, ist Mr. Beast. Wir haben einen Traitor. Wir haben einen dicken Traitor. Wegen bisschen Kohle, oder was macht dir so eine Welle? Oh, nee. Er ist auf Mr. Beast reingefallen. Er geht hinterher. Was machen die da? Die warten auf ihn, stimmt's? Nein. Bro! Er hat ihn bekommen. Aber nein! Er wurde mit Geld getötet. Mr. Beast-Style. Ist das die Boss-Toilette oder G-Man? Leute, schreibt mal in die Kommentare Hashtag G-Man oder Hashtag Boss-Toilette. Es gab einen kleinen Clash. Der Robot will jetzt Titan Kameramen infizieren. Bruder, das geht gar nicht. Nein. Cinema Titan ist auch da. Der Junge hat ihn so reingefetzt und er will ihn umbringen, ne? Aber die Karre fährt noch ein bisschen. Der Helikopter kommt. Es springt jemand hinten rein und befreit ihn aber auch wieder straight. Wer war's? Deck. Der Giga-Chat! Ich vermiss ihn so, Leute! Ich vermiss ihn so! Mann, wo ist der? Einfach der coolste Charakter von allen. Was ist hier passiert? Ein Fernseher fehlt auf dem Kopf. Da liegt noch ein Ersatzfernseher. Yo, der wurde einfach mal kurz ein bisschen größer gemacht. Interessante Gun. Ich pack eine Waffe an ihn dran, ne? Eine Kreissäge. Geil! Bazooka. Granatwerfer. Irgendwas. Ansonsten Bock nicht. Was kriegt er? Hab ich nicht gesehen. Bro, was baut ihr da? Da sind vier Raketenwerfer dran. Let's go! No way! Ready to fight! Oh, das gibt aufs Maul. Gib ihm die Kreissäge, Bruder. Gib ihm... Nein, er fliegt mit ihm hoch. Was hat er vor? Weiß man nicht. Aber die Katana-Toilet ist hier. Cameramans, anlegen! Feuer! 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 Die haben ihn tatsächlich ausgeschaltet. Wild! Das Ding hat sich aber weg teleportiert und das ist nicht gut, denn das heißt, der G-Man ist da! Oh no! Der hat instant alle aus... Oh, ja, das war's. Ciao, Bruder. Mach's gut. Hä? Er kriegt einen miesen Kick von Camera Woman oder was? Es gibt noch einen Strahl hinterher und jetzt hat er tatsächlich einen Smack bekommen. Ich glaube aber, dass er noch lebt. Ihr müsst schnell handeln. Sie hat ein dickes Gewehr hinten drauf, ne? Sie gibt ein Herz! Verliebt. Direkt. Was ist das hier? Camera Titan hat Geburtstag oder was? Und es gibt ein Geschenk von... Warte mal, das war's. Cinema Titan. Camera Titan gibt Cinema Titan ein Geschenk. Bro, da sind ja sogar noch mehr. Er ist anscheinend zur Party eingeladen. Okay, er darf. Jetzt gibt's aber noch einen Kuchen von... Tree Camera Man? Okay, den Charakter kenn ich nicht. Das ist auch egal, aber das ist ein bisschen übertrieben. Er probiert kurz den Kuchen. Schmeckt. Kriegt auch einen Hut. Jetzt kommt TV Woman und sie hat ihm ein Hündchen aus Ballonen gemacht. Wer ist er und warum kommt er einfach hier rein und crash die Party? Diggi, hättest du nicht durch die Tür gehen können? Er bringt eine Skippy die Toilette mit. Beide werden zur Party eingeladen. Okay. Ja gut. Also das war mal komplett random Müll. Aber darf auch mal sein, oder? So zwischendurch. Was haben wir hier? Die Wissenschaftler Toilette. Ich hab's mal vor einiger Zeit gesagt. Ist die gefährlichste Toilette, die es gibt. Ihr wolltet es mir nicht glauben. Ihr habt es selber gesehen in Episode 60. Sie ist mit Abstand einfach am OPsten. Sie hat nämlich die Boss-Toilette gerettet. So ein Ding ist das. So ein Ding und nicht anders. Der wurde jetzt in klein da rein teleportiert, oder was? Wie wirkt ist das denn? Es gibt einen Alarm. Der Cameron Titan schaut hier durch und sieht die Experimente. Und jetzt wurde er gerade zurück teleportiert. Nein, er wurde weg teleportiert. Die Skibit heute greifen ihn an. Der Scientist ist aber weg. So ein Dreckschwein. Was geht denn hier ab? Der Scientist ist mit seinem Experiment abgehauen. Man konnte es nochmal ganz kurz sehen. Aber was wird da jetzt geschehen? Weiß man nicht. Yo, guck dir die Skibity Toilet an. Der hat gerade mal sechs Cameramans eliminiert. Da kommen nochmal ganz kurz drei oben drauf auf chilliger Ehrenmann-Basis. Mehrere Roboter sind hier auch am Stissel. Können aber nichts tun. Was sind das für Robots? Camera-Robots? Das hättet ihr mal lieber nicht machen sollen. Manchmal ist die Flucht auch besser, Leute. Man muss nicht immer kämpfen. Gerade wenn so ein Typ so eine Sonnenbrille auf hat. Dann kommt hier die Kamerafrau. Die Kleine Instant Tod oder was? Was ist das für ein OP-Charakter? TV Man! F für den TV-Man, Leute. Oh, der tut mir so leid. Ganz ehrlich. Ich fühle den. Titan Super TV hat alles gesehen. Gib einen Daumen. Da ist nochmal der Geburtstag oder was? Ich weiß auch nicht, was das für ein Video war. Was geht denn hier ab? Bei Deadline auf dem Kanal? Titan TV-Man. Wird wieder zum Leben erweckt? Bro, was läuft denn hier? Der Ganzes gibt die Toilet Kameramänner me. Wer ist jetzt der Böse? Wer ist der Gute ist die Frage. Da war gerade ein Menschenkopf hinter oder so. Yo, was ist das denn? Speaker Titan? LOL. Hä? Das glaube ich ja jetzt. Digga, so dumm. So dumm. Okay, also teilweise weiß ich ja nicht die Effekte. Gut, da kann man mitleben. Aber was hat er da gerade gemacht? Hat er den gerade aufgegessen? Bro, was ist denn das hier? Müllton Skibbidies oder was? Er merkt schon, das ist eine richtig verdrehte Welt, was hier passiert. Ich finde das so cool, wie viele Animationen es mit Leuten gibt. Ey, es ist einfach nur geisteskrank. Süß, schon ein bisschen süß. Bruder, es ist die Speedy Mülltonne. So schnell erwartet meine Mutter, dass ich den Müll rausbringe. Genau so, in der Geschwindigkeit mit einer Mülltonne. Ja, tut mir leid. Bittlich war es das auch dann. Und tschüssi. Was geht hier ab? Jetzt sind es die Skibidies, ne? Ah, okay. Die zeigen jetzt sozusagen die Situation. Okay, aber da weiß ich nicht, warum sie die Mülltonne genommen haben. Hätten sie auch theoretisch die normale zeigen können. Aber das lasse ich erstmal so gelten. Außer es passiert nochmal. Was machen die denn da? Tschüss. Ja, schon cool. lol. Welche Episode ist es nochmal? Boah, wild. Ist das der TV-Man? Tatsächlich? Crazy. Crazy. klar, ich spüle mal kurz im Fernsehen das Klo runter, Leute, mach das bitte nicht recht. Bro, die Lache. Dieses Grinsen sah so dumm aus. War aber noch eine ganze Armee von Okay. Da geht nichts mehr. Springt der jetzt von da oben runter? Hä? Das war ein bisschen sehr komisch gerade. Da muss ich sagen, war die Animation nicht so clean. Das geht hier ab. Das ist jetzt die Bost Toilette in dem Fall. Die Kamera, ja, sie sind die böse anscheinend. Da ist eine Bombe im Hintergrund. Die Bombe hat ordentlich geknallt. Alle weg? Das kann ja nicht sein. Weil eigentlich kommen die dann, fällt vom Dach runter. Was für ein Depp. Das sieht voll schön aus. Gerade so. Richtig ruhig. Ja, wenn man dahin guckt, ist da die Wissenschaftsfläche. Okay, okay, aber das ist nicht reversed, meine Freunde. Da will ich dann aber gleich die reversed Sache sehen. Die Map kenne ich irgendwo, ja. Achten der da. Titan Speakerman kommt. Was war denn das für ein Scam? Hashtag Scam in die Kommentare, Leute. Was war das denn? Okay, wer ist er? Oder wer ist er denn? Digi, was ist das denn für ein Soll das Titan TV Man sein? Das sieht aus wie ein Goofy, Alter. Ich sag euch ehrlich, man. Hashtag Goofy Man in die Kommentare, Digga. Weil nach was anderem sieht der Safe nicht aus. Junge, Junge, Junge. Das ist ja schon wieder Goofy Toilets, Leute. Das wäre doch mal ein geiles Video, oder nicht? Okay. Ich kann davon aus, dass die die Sprachdateien benutzen vor und defakt boop. Uff, Digga. Wir haben Upgraded Goofy Man, Alter. Upgraded Goofy Man, Leute. Ja, das ist echt. Also, was soll ich dazu sagen? Wer ist er? Er ist ja auch noch so einer, ne? Das bin ich, wenn ich sehe, dass du mein Merch nicht gekauft hast. Leute, zu wild. Also, ach, das war gerade köstlich. Ähm, ähm, was geht denn da ab? Ne, ist das komisch, Alter. Das Video nimmt ja richtig Fahrt auf. Okay, da redet einer. So, die AI-Stimme anscheinend. Oh, mein Gott. I have to do something. So, irgendwas tun. So, wie es aussieht, gibt's hier so einen kleinen Clash und mittendrin ist halt so ein Typ, ne? Aber, Digga, was geht in dieser Stadt eigentlich ab? Oh, oh, da bin ich mal gespannt. Das ist ne Ge... Also, Digi, das sieht ja wohl mal richtig falsch aus, oder was, ne? Was ist das denn? Und wer kommt da jetzt von der anderen Seite, ist die Frage? Oh, Titan Cameraman. Ja, okay, aber der ist auch wirklich angsteinflößend. Es geht bei den ab. Bruder, haben die da Walter White mit reingenommen? Was ist das? Guck dir mal den Kopf an. Das ist doch Walter White Hä? Breaking Bad in Skibbidi Toilet? Alles gibt's erstmal richtige Schellen, ne? Das ist so safe Walter White gewesen. Guckt euch das an. 100% Digger. Was läuft bei denen? Irgendeiner läuft da zumindest ein Haus hoch. Titan Speakerman Toilet kommt da nochmal an mit den schnacken oder was? Ich kann auch eh eigentlich nichts sehen oder wie? Oh jetzt wird er eingenommen oder? Das finde ich cool gerade so ein bisschen zerstört er seine eigenen Skibbidi Toilet das finde ich nicht schlecht ups okay das vielleicht auch nicht so cool er liegt da ein bisschen rum hat so getan als ob er tot ist und rennt jetzt weg ist eine gute Strategie Leute jetzt ist Feierabend und jetzt wird er eingenommen oh no ist das hier Titan goofy TV goofy Leute gefällt mir der also ja okay das ist auf jeden Fall Full Rip ist klar ich finde die Videos irgendwie ziemlich witzig man ich muss sagen also die gefallen mir weil ich ich finde die mega lustig Leute oh TV goofy hat gesagt geh mal zur Seite Junge okay aber der sieht schon ganz also der sieht nicht aus wie ein Dulli auf jeden Fall der brät jetzt erstmal kurz die Toilets weg da ist er wieder Leute der TV goofy Junge bitte hol doch mal TV Titan goofy hätte ich wollen da ist da ist da ist so gut ich lieb den das gesicht hör auf ich finde das so amissant leute ich weiß auch nicht aber ich kann nicht anders es ist doch so lustig wenn die diese Gesichter haben man das sieht immer so ernst aus wieso ist cool aber so wenn er lacht jetzt wieder lacht ich liebe das ich kann nicht anders es ist mehr süß als alles das auch guck mal ist das ne Boy Group oder was was ist das Können wir noch mal ganz kurz den Schrei anhören Scheiße Mann Ich kaum nicht mehr klar Digga Please help ey Ja gut da haben wir mal Speaker Titan mh ja chillig chillig warte mal ach tv Titan Goofy und Speaker Goofy fetzen die hier gerade ok ok das sieht schon so ein bisschen nach einem ernsten Kampf aus aber wenn der jetzt gleich böse guckt oder so es könnte echt wieder dumm aussehen das bin ich jetzt während des Videos goofy so los Untertitelung des ZDF, 2020